Hallo liebe Zuschauer, ich bin wieder unterwegs am Sanierungsabschnitt auf der Marizella Bahn südlich von Stetten und hier wird zur Stabilisierung des Untergrunds Kalk in den Boden eingearbeitet. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte nicht vergessen ein Like und ein Abo dazulassen. Danke! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020